Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bei ähnlichen Werten wie heute begleitet uns am Dienstag ein leicht böger Wind. Den ganzen Tag über bleibt der Westsachsenhimmel trübe und zugezogen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Bei frühlingshaften Temperaturen um die 13 Grad starten wir mit Sonnenschein in den Mittwoch. Später zieht sich der Himmel zu. Der Donnerstag kommt dann recht durchwachsen daher. Das Quecksilber klettert auf Werte knapp oberhalb der 10 Grad Marke. Dicke Wolken bestimmen das Wettergeschehen im Sendegebiet. Gelegentlich kann es regnen. Bei Tageshöchstwerten von 7 Grad erwartet uns am Freitag ein Sonne-Wolken-Mix. Aus heutiger Sicht soll es trocken bleiben.